Ich fass es nicht, dass wir echt im Keller schlafen. Und was machen wir dann morgen? Ihre Wäsche waschen? Ich schlaf auf dem Boden, du nimmst das Bett. Wir müssen die herausbekommen. Aber nicht, indem wir ihnen Angst einjagen. Die müssen denken, dass alles wieder in Ordnung kommt. Es kommt doch alles wieder in Ordnung, oder?